Erstens einmal, dass man Leuten helfen kann. Wir unterstützen ja Lehrlinge und dass das Ganze etwas bringt. Was auch gut ist, wir sind sehr selbstständig. Wir haben immer wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man Probleme angehen kann und wie man die lösen kann. Einschränkungen bringt eigentlich kaum mit sich, also dann ist der flexibler. Der ist ein bisschen komplizierter. Ich bin in die Handelsakademie gekommen. Die Handelsakademie war dann nicht ganz das Richtige für mich. Ich habe dann eine Lehre zum Büro gehabt. Ich bin in der Landesberufsschule der ZM See lang. Dann habe ich festgestellt, dass ich direkt im Büro noch etwas anderes probieren würde. Ich habe dann einen Studienberechtigungs-Portfang gemacht und eine Philosophie auf dem Diplom studiert. Dann war ich im anderen Studium tätig als Lehrer für Deutsch als Fremdsprache und den Beruf in der Jugendarbeit und dann bin ich zur Berufsausbildungsassistenzkammer. Ich bin immer eigentlich eher so im Hier und Jetzt, sage ich mal. Natürlich könnte es auch eine vorbeiratende Tätigkeit sein. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020